Die digitale und die analoge Welt rücken näher zusammen. Unabhängig von Zeit und Raum möchten wir aktuell auf dem Laufenden bleiben. Deshalb wächst die Nachfrage nach digitalen Informationen stetig. Die Mittelstandsbank der Commerzbank hat darauf reagiert. Wir haben ein innovatives Format für den Dialog mit unseren Kunden entwickelt. Das neue Online-Event At Your Site. At Your Site ermöglicht eine ortsunabhängige und interaktive Live-Kommunikation. Hochkarätige Moderatoren und Experten diskutieren zusammen mit Ihnen relevante Finanz- und Wirtschaftsthemen. Von Anlagechancen in der Niedrigzinsphase bis hin zur Steigerung der Energieeffizienz. Unsere Experten zeigen Ihnen, wie sich Ihr Unternehmen im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld optimal aufstellen kann. Die Teilnahme funktioniert einfach und von jedem Ort aus. Sie benötigen nur einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone und eine stabile Internetleitung. Wenige Wochen vor dem Online-Event erhalten Sie eine Einladung per E-Mail. Darin finden Sie den Link zur Website von At Your Site. Mit nur einem Klick können Sie die Experten-Diskussion zum angekündigten Termin live verfolgen. Diskutieren Sie mit. Geben Sie Ihre Fragen oder Kommentare einfach in die Fragebox ein. Diese erscheinen direkt auf dem iPad des Moderators im Studio und können den Experten gestellt werden. Ab welchem Finanzierungsvolumen kann man auf die Commerzbank zugehen? Mit jedem Finanzierungsvolumen. Wie gefällt Ihnen das Online-Event? Geben Sie hier Ihre Bewertung ab. Sie haben zum Live-Termin keine Zeit? Kein Problem. Innerhalb weniger Tage steht Ihnen die Aufzeichnung der Sendung auf Abruf zur Verfügung. Diskutieren Sie mit uns beim nächsten Online-Event der Mittelstandsbank At Your Site am 12. Dezember um 13 Uhr. Unser Thema? Investitionsstrategien 2015. Moderiert von Jan Hofer. Unsere Experten? Markus Bäumer, Mitglied des Vorstands der Commerzbank. Und Dr. Ralf Solveen, stellvertretender Chef-Volkswirt der Commerzbank. Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung. Bis dann!